In über 500.000 Arbeitsstunden ist auf 1300 Quadratmetern eine Miniaturwelt der Superlative entstanden. Für Groß und Klein erstreckt sich auf acht Abschnitten ein unvergessliches Erlebnis. Verbunden ist alles durch 13 Kilometer Gleisanlagen. Das Fundament dieser außergewöhnlichen Ausstellung bilden dabei Tonnen aus Stahl, Holz und Gips. Die Reise führt von Skandinavien über Deutschland, Österreich und die Schweiz bis hin ins weit entfernte Amerika in nur wenigen Augenblicken. Auf der ganzen Anlage legen 900 Züge mit 12.000 Waggons täglich mehrere hundert Kilometer zurück. Der längste Zug hat eine Länge von 14,51 Meter. Auf der Nordostsee mit 30.000 Liter Wasserfassungsvermögen erlebt der Besucher große und kleine Schiffe in Betrieb. In Skandinavien, Amerika, dem Flughafen und der beschaulichen Fantasiestadt Knuffingen fahren mittlerweile über 250 von Computer gesteuerte Fahrzeuge. Einen besonderen Reiz haben dabei die aufwendig programmierten Feuerwehreinsätze. Immer wieder müssen die Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung ausrücken. Aber auch die Polizei ist ständig auf der Jagd nach Verkehrssündern. Die neueste Attraktion ist der wohl kleinste Verkehrsflughafen der Welt, Knuffingen Airport. Nach sechs Jahren Bau- und Entwicklungsphase wurde der 3,5 Millionen Euro teure Abschnitt im Mai 2011 eröffnet. Auf 150 Quadratmetern bietet er mit mehr als 40 Flugzeugen und dem dazugehörigen Bodenpersonal die wohl aufwendigste Flugsimulation der Welt. Von der Technikhalle bis zur Flugabfertigung bis ins kleinste Detail ist hier vorbildgetreu ausgestaltet worden. Über 200.000 liebevoll in Szene gesetzte Figuren zeigen Leben in allen Facetten. Eine Welt, in der die Ordnungshüter ein Verbrechen aufklären und manch anderer sich davon nicht so sehr beeindrucken lässt. Wo die Feuerwehr einen Großbrand löscht und ganz in der Nähe ein Feuer neu entfacht wird. Ob Trauerrede oder Freudenfest, Fressen oder Gefressenwerden, Reisende und noch Weitergereiste, der Fantasie sind im Wunderland keine Grenzen gesetzt. Ob waghalsige Feuerspucker, Tiere auf Reisen oder erstaunlich starke Mädchen, in einer Welt aus hektischem Treiben oder friedlicher Ruhe, zwischen wilden Tieren und welchen, die schon gebändigt wurden. Menschen auf der Jagd und hier und da ein Motivjäger, heilige Orte oder nicht ganz so heilige, sehr lebendige Menschen und nicht mehr so lebendige. Das Wunderland ist vielfältig und einmalig. Auf einer Reise vom höchsten Berg mit sechs Metern, über verträumte Straßen durch den Grand Canyon, verschneite Landstriche und idyllische Dörfer, bis unter die Erdoberfläche ist die Miniaturlandschaft liebevoll inszeniert. Ein Tag im Miniatur Wunderland dauert 15 Minuten. Wenn die Abenddämmerung einsetzt, lassen über 300.000 LEDs die Anlage in einem bezaubernden Licht erstrahlen. In den unterschiedlichen Regionen wird dann auch das nächtliche Leben sichtbar. Und zwischen alledem sind weitere verborgene Geschichten meist nur einen Knopfdruck entfernt. Überall an der Anlagenkante verteilt befinden sich mittlerweile über 200 Aktionsknöpfe, mit denen die Besucher aktiv am Anlagengeschehen teilhaben können. Ob auf ganz süße Weise an der Schokoladenfabrik, am alltäglichen Kampf mit den Tücken der Technik, bei der Entstehung neuen Lebens oder etwas zu viel handwerklichem Enthusiasmus. Und an immer neuen Ideen mangelt es den 260 Wunderländern nicht. Bis 2020 folgen die Abschnitte Frankreich, Italien, England und Teile Afrikas. Was danach kommt, steht in den Sternen, aber ein Ende ist nicht in Sicht. Ein solches Werk in 5 Minuten wiederzugeben, unmöglich. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie doch einfach mal vorbei. Sie werden staunen.